Unter Frau Dr. Niemann herrscht hier immer Ordnung. Wie Herr Rausch dies auf dem Philologenverband einbringen will. Hallo Landys! Sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Ich weiß jetzt was fehlt. Wir haben nur eine Option. Nur eine Gruppe von Menschen ist in der Lage, das Rezept zu finden. Wir machen nur ein Schlatter-Mattern. Stimme! Stimme! Los Apigantos